Moin, hier ist der Angelus. Willkommen hier auf meinem Kanal zu einem neuen Video zu Cyberpunk 2077. Ja, drei Jahre ist es jetzt schon her, dass ich die Hauptgeschichte von Cyberpunk abgeschlossen habe. Ich habe es ja damals direkt zum Release, als es neu erschienen ist, gespielt, aber noch auf meiner Playstation 4 Pro. Und ja, zum Start hatte Cyberpunk natürlich seine Probleme, das war, ja, bekannt. Und trotzdem hat es mir damals Spaß gemacht, die Story und so, die Geschichten fand ich richtig, richtig gut. Nur Gameplay-technisch war es damals echt nicht so der Hit. Aber ich habe jetzt Bock, den DLC zu spielen, und zwar Phantom Liberty. Und deswegen habe ich das Spiel jetzt nochmal neu runtergeladen, aber für meine Playstation 5. Weil zum Release von Cyberpunk hatte ich noch gar keine Playstation 5, deswegen musste ich das auf der PS4 Pro spielen. Und jetzt, ja, kann man das hier nochmal genießen auf der PS5. Und ja, das erste Mal starten auf der PS5, merkt man auf jeden Fall den Unterschied. Erstmal der Konsolen-Unterschied. Zweitens dann auch noch, es gab ja dieses Riesen-Update, Cyberpunk 2.0 haben sie das ja genannt. Und das hat ja so viele neue, gute Änderungen ins Spiel reingebracht. Und das sieht einfach richtig gut aus, wenn man hier so... Ich bin eben schon ein bisschen rumgelaufen. Drei Jahre, ich muss erst mal wieder ins Spiel reinfinden, Leute. Deswegen starte ich jetzt hier mit dem Video auch nicht sofort mit dem DLC, sondern, ja, kündige da noch ein bisschen was an und schaue mir gleich nochmal ein paar Sachen an hier. Ja, drei Jahre nicht drin gewesen und jetzt muss man sich erst mal zurechtfinden im Spiel. Die ganzen Änderungen checken. Neu-Skillen, die ganzen Skill-Bäume sind komplett überarbeitet worden. Das heißt, ich musste alle Punkte neu verteilen. Und musste mich erst mal wieder erinnern, was ich vor drei Jahren für eine Skillung hatte. Die wollte ich ja natürlich wieder ähnlich beibehalten. Die funktioniert jetzt aber noch besser als früher und so. Also ist schon echt krass. Aber ich konnte meinen PlayStation-Spielstand importieren. Das heißt, das hier ist meine Wii kurz vor der letzten Mission. Da habe ich hier im Journal noch die letzte Mission drin. Und zwar hier Nocturne. Da kommt dann das Treffen. Trifft dich mit Hanako im Ambers. Und danach ist ja das Finale. Und dieser Spielstand ist jetzt hier halt noch übernommen worden. Da werde ich dann halt den DLC spielen. Weil der DLC spielt wieder eine Geschichte, die vor dem Ende von Cyberpunk nochmal spielt. Ja, deswegen passt das eigentlich mit dem Speicherstand hier eigentlich ganz gut. Mit Level 38 und so weiter. Und eine Spielzeit habe ich hier in Cyberpunk bei dem Spielstand von 84, ja fast 85 Stunden. Da bin ich dann in das Finale gegangen. Da kamen dann nochmal ein paar Stunden dazu. Und am Ende war ich dann so bei 87, 86, 87 Stunden, als ich das Spiel dann durch hatte. Und mit dem Spielstand werde ich dann in den DLC reingehen. In das neue Stadtgebiet in Dogtown. Aber warum ich jetzt hier bin? Da vorne kann man ein Apartment kaufen, auch neu. Und da wollte ich gerne mal reinschauen. Aber ich kann euch auch nochmal meinen Skillbaum zeigen. Wie ich damals gespielt habe. Und wie gesagt, das funktioniert jetzt auch mittlerweile mit dem neuen überarbeiteten Skillbaum. Einfach viel besser. So, hier die Attributspunkte. Da habe ich nichts dran geändert jetzt drei Jahre später. Ich habe ja 20 Punkte auf Intelligenz. Ich habe ja als Arasaka-Mitarbeiter angefangen das Spiel mit dem Corpo-Hintergrund. Und da muss halt ein gewisses Maß an Intelligenz schon vorhanden sein, finde ich. Wenn man da in so einer Hightech-Firma arbeitet. Und ein paar Sachen aus dem Hackerbaum habe ich ja aber ganz gerne benutzt. Auch hier Kameras hacken, wenn man in irgendein Gebiet reingeht. Oder die Gegner hacken mit Sachen wie Quick-Hacks und sowas. Deswegen habe ich da die Punkte beibehalten mit Level 20. Und hier ein paar Punkte reingenommen. Aber eigentlich waren wir ja auch immer von Anfang an schon viel zu cool für diese Firma. Deswegen haben wir lange nicht bei Arasaka mehr gearbeitet. Sind rausgeflogen. Deswegen 20 Punkte auf Coolness. Weil wir einfach zu cool für die Firma waren. Und hier, ja, ähnlich wie vorher, wollte ich ja auch vor drei Jahren schon diese Messerskillung spielen mit Wurfmessern und sowas. Aber damals vor drei Jahren war das einfach nicht spielbar. Das Problem, was sie damals hatten in der Release-Version, war ja, dass wenn man ein Messer geworfen hat, dass das Messer dann weg war. Du musstest entweder hinlaufen und es wieder aufheben. Oder es ist kaputt gegangen und war es ganz weg. Oder du hast es plötzlich irgendwie oder dummerweise so geworfen, dass es irgendwie von der Brücke fällt. Oder keine Ahnung, ein paar Stockwerke runter. Und dann war das Messer halt auch weg. Und deswegen hatte ich eine gute Messerskillung damals vor drei Jahren. Habe mich aber nie getraut, das Messer zu werfen, weil ich das nicht verlieren wollte. Weil es ja auch gute Messer gab im Spiel mit guten Stats drauf und legendäre Messer und sowas. Und deswegen habe ich die Messer nie geworfen und habe dann eher nur den Nahkampf benutzt. Aber jetzt hier mit Cyberpunk 2.0, mit den neuen Skillbäumen, haben sie eingebaut, dass die Messer zurückkommen. Hier, das ist minus 15 Prozent Rückkehrzeit für Wurfwaffen. Und hier oben auch nochmal minus 15 Prozent, 30 Prozent Rückkehrdauer. Und wenn ich einen Gegner mit einem Headshot, mit einem Messer, also das Messer direkt in den Kopf werfe und der dadurch stirbt, habe ich mein Messer sofort wieder in der Hand und kann gleich auf den nächsten Gegner werfen. So kleine Änderungen, die das Spiel gleich oder das Gameplay gleich viel besser machen, dass das Messer nicht einfach weg ist, wenn du es schmeißt, sondern dass du jetzt eine richtige Messerskillung auch spielen kannst, weil das Messer immer wieder zurückkommt. Echt? Wieso war das damals nicht drin? Denn hätte mein erster Spieldurchlauf auch auf Gameplay-technisch noch viel mehr Spaß gemacht. Also ich war ja Gameplay-technisch früher nie überzeugt von Cyberpunk. Aber Geschichte hat mich halt am Ball gelassen. Hey, ich gehe über die Straße. Aber die Geschichte hat mich halt am Ball gelassen, weil die Charaktere so gut geschrieben waren, weil die Story so spannend war und auch gut geschrieben war. Das hat mich halt am Spiel gehalten. Und jetzt hast du halt beides. Dass das Gameplay noch viel, viel besser geworden ist. Und zusätzlich noch die gute Story. An der Story haben sie ja nichts rumgeschraubt. Die ist ja immer noch genauso gut wie vorher. Und mit der Coolness habe ich ja auch noch ein bisschen gut Sprint-Tempo. Jetzt haben wir den hier. Ich gehe nur durch. Ich will nur her. Deut, danke für die Wohnung kaufen. Wollt ihr doch? Ich glaube, die wollen Stress. Da sieht er das. Hey, wo ist mein Messer? Der ist aber nicht aufgeladen, ne? Jeder Wurf geht einfach ins Schwarze, in den Kopf. Voll gut. Ich kann ehrlich mal eine Messersgelung spielen. Da habe ich jetzt schon wieder voll Bock drauf, das im DLC zu machen. Und Klamotten, ne? Klamotten genauso. Früher bin ich mit dem letzten Ranz- Outfits rumgelaufen. Weil, ähm, die Klamotten ja Rüstung und so drauf hatten. Und man wollte ja, man wollte ja bessere, bessere, bessere Stats haben für den Charakter. Und deswegen hatte ich da voll schlechte Klamotten. Jetzt haben sie das geändert. Klamotten geben gar nichts mehr. Also, ich glaube, es gibt ein paar Teile, die vielleicht noch so ein bisschen Rüstung drauf haben. Aber sonst geben Klamotten nichts mehr. Das ist einfach nur Style. Also, man kann sich jetzt kleiden, dass man gut aussieht. Deswegen war ich noch mal shoppen. Ich war früher nie Klamotten shoppen in dem Spiel, weil ich dachte sowieso, hey, wenn ich was finde, was bessere Rüstung hat, dann ziehe ich das eh wieder aus. Es hat sich damals einfach nicht gelohnt. Und jetzt kann man sich Klamotten kaufen und, ähm, die einigermaßen auch cool aussehen für den Charakter, die so passen. Neue Schuhe habe ich mir gegönnt, Oberteil, Hose und so. Echt cool. Habe noch andere paar Outfits. Muss man da, muss dann auch mal die anderen Geschäfte durchgucken. Da gibt es bestimmt noch viel mehr Teile, die mir dann vielleicht auch gefallen, hier bei den Outfits. Ich habe dann das hier, das ist das, äh, habe das hier noch so mit dem Hemd. Passt auch so zum Ex-Corpo-Mitarbeiter. Dann hier fehlt mir noch irgendwie eine Jacke. Da habe ich mir nur das Top geholt. Aber das ist noch nicht fertig, das Outfit. Überall so ein paar Teile. Auch hier will ich noch irgendwas haben, um da noch mehr anzuziehen. Aber hier die Jacke ist schon mal ganz nett. Äh, und jetzt haben sie ja das so geändert, dass die Cyberware hier, ähm, dafür zuständig ist, dass man auch noch, äh, Panzerung bekommt. Man sieht, ich trage immer noch die alte Cyberware von vor drei Jahren, die ich, äh, am Ende des Spiels ja auch die ganze Zeit drin hatte. Und da habe ich einfach, ich habe einfach keine Panzerung jetzt hier auf 282. Und hier oben sollte es einfach, einfach sein bei 1100. Da muss ich, da hoffe ich, dass ich im DLC neue Cyberware bekomme, wo ich dann auch, ähm, die Panzerung höher kriege. Weil so ist das sonst echt blöd. Aber natürlich, dass man jetzt den, ähm, die Wii auch jetzt anziehen kann, dass sie auch stylisch aussieht, auch wieder ein Pluspunkt. Das ist auch wieder wirklich ein Pluspunkt. Heute also erstmal nur so ein kleines Updates-Video, wie es bei mir gerade in Cyberpunk steht hier. Bevor ich dann mit dem DLC komplett anfange, ja. Hier geht es rein. Hey, hier ist ja sogar eine Schnellreisestation genau davor. Ich will hier eine Wohnung kaufen. Wo muss ich mich melden? Hier. Geil. Weil, ähm, ich habe immer noch das Standard-Apartment, was wir aus dem Let's Play kennen, wo ich, äh, die ganze Zeit drin gewohnt habe, was man von Anfang an des Spiels hatte. Aber hier kann man sich jetzt einfach neue kaufen. Und ich habe so viel Geld und ich brauche denn die Geld in dem Spiel. Deswegen gebe ich jetzt hier einfach mal 80.000 aus und miete mir hier ein Apartment. Erstmal unterschreiben. Perfekt. Neue Zugangsdaten. Transfer. Ja, ich habe noch Geld über. Immer noch fast 200.000. Neues Apartment freigeschaltet. Kann ich gleich hochgehen? Habe ich keinen Schlüssel bekommen und das gleich implantiert, ne? In die Cybertech. Voll geil. Apartments, ja. Zwölfter Stock. Okay, die Fahrt, das Fahrstuhl, äh, der Fahrstuhl hätte besser aussehen können, aber wichtig ist die Wohnung. Können wir vielleicht auch Judy einladen nach, äh, nach Hause hier? Wir sind da. Jawohl, Fahrzeug direkt in die Wohnung. Aha, guck mal, hier kommt das gleich. Apartment in the Glen gemietet. Ähm, Tradition trifft auf Moderne. Eine Design, äh, Designerloft mit unschlagbarer Aussicht. Ja, genau, das brauche ich doch. Das ist doch genau das Richtige für wie... Ui, guck dir das Fenster an. Und das ist der Fernseher? Auch nice. Aber ich finde das blöd, dass der Fernseher vor dem Fenster steht, wenn die Sonne scheint. Vielleicht kann man hier die Fenster dimmen. Das wäre auch nochmal geil. Okay. Gute Sicht auf die Stadt natürlich. Ist eine große Stadt, da sieht man Häuser. Aber ein Loft, Loftwohnung so ist natürlich mega. Guck mal, hier ist eine Leseecke. Kannst du dich hier hinpflanzen. Hier ein paar Bücher degenehmigen. Ich glaube, das ist das richtige, das richtige Apartment für mich. Ich bin ja nicht so der Fan von, von Häusern. Ich finde ja so Loft und sowas wie hier, finde ich ja mega. Ich glaube, so eine Wohnung in echt haben hier, da bist du schon gut, gut dabei. Auch der Fernseher hat die richtige Größe. Fast wie meiner, wo ich jetzt drauf zocke hier. Wo ich meine Videos immer drauf aufnehme. Ne, Scherz, der ist nur, der ist nur 55 Zoll. Der da ist größer als 55. Nice. Hier ist das Bett. Oh, guck mal, das Bett und dann hast du hier noch, wenn du hier liegst, noch die Aussicht auf das Fenster. Der Gitter, Fußboden hier unten ist gewöhnungsbedürftig. Da unten haben wir wenigstens noch ein bisschen Parkett und Holz. Hier oben nicht. Ja, hier ist ein bisschen Holz, aber sonst, das hier, das Gitter hier ist ein bisschen, könnte kalt werden. Gibt es hier Fußbodenheizung? Hier, denke ich mal nicht, ne? Kleiderschrank öffnen. Was haben wir hier? Das Badezimmer. Guckt euch mal diese große Dusche an. Mega. Mein neues Apartment. Sogar mit Aquarium. Und hier ist der Kleiderschrank. Ja, hier kann man, hier kann man leben. Die behalte ich, die Wohnung. Dann können wir auch hier Kollegen einladen oder Judy. Judy, noch besser. Hey, wollen wir uns treffen? Na, hast du die Zeit? Gerade ist echt schlecht. Ich sage dir Bescheid, sobald ich Zeit habe. Okay. Jetzt gerade nicht. Neue Mission. I really want to stay at your house. Warte zwei Tage, bis eine Nachricht von deiner Partnerin bekommst. Ach so. Das war zu früh gefragt. Ziemlich cool. Aber, vielleicht werde ich da das Treffen nochmal machen, während ich, wenn ich das DLC spiele, dass wir da nach einer Mission nochmal eine Pause einlegen und hier ein bisschen chillen in dieser Wohnung. Guck mal, hier auch auf die Seite die Aussicht. Ja, das ist mein Apartment. Gönnen wir uns einen Kaffee. Also Leute, ich werde jetzt also dann mit Phantom Liberty anfangen, mit dem DLC. Freue mich drauf auf die Geschichte. Vielleicht habt ihr ja noch Bock und wollt das bei mir auch nochmal sehen, falls ihr das nicht schon woanders gesehen habt oder selber gespielt habt. Aber das Gute bei Cyberpunk ist natürlich, es gibt wieder natürlich viele, viele verschiedene Entscheidungen, wie man auch den DLC durchspielen kann und ja, da kommt bei mir vielleicht mal wieder ein ganz anderer Weg raus, den ihr vielleicht noch nicht gesehen habt und das ist ja immer ganz interessant auch mit meiner, mit meiner Skillung, dass das Gameplay dann auch ein bisschen anders wird und sowas. Falls ihr Bock habt, es geht dann los mit Cyberpunk, mit dem DLC. Wenn ich Alan Wake durchgespielt habe, ein Tag später, wenn das Finale von Alan Wake durch ist, dann kommt ein Tag später dann Cyberpunk und nimmt dann auch den Slot um 16 Uhr dann ein, täglich. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid und schreibt gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Habt ihr auch schon Cyberpunk 2.0 gespielt habt, die Änderung? Ich glaube, die haben nochmal richtig was aus dem Spiel rausgeholt. Trotzdem schade, dass es drei Jahre gedauert hat. drei... Hey! Wieso ist dann die Handelsscheibe runtergefallen? Gibt es hier Gespenster in meiner Wohnung? Ja, schade, dass es drei Jahre gedauert hat, bis man eine gute Skillung spielen konnte mit den neuen Skillbäumen, dass sie das da so lange gebraucht haben. Auch der DLC kam ja auch sehr spät, dass man jetzt mit der Story schon so lange durch war und ich musste mir jetzt erstmal auch wieder alles in Erinnerung rufen, so lange her, weil ich in der Zwischenzeit ja auch schon so viele andere Spiele gespielt habe. Naja, schauen wir mal. Ich habe Bock auf den DLC und wenn ihr auch Bock habt, dann schaltet auf jeden Fall nächste Woche ein, wenn es dann weitergeht hier auf meinem Kanal mit Cyberpunk. Ich muss mal gucken, ob ich eine neue Playlist anlege oder die Folgen von DLC auch hier reinpacke. Werdet ihr dann sehen. Es geht auf jeden Fall. Also ich werde es auf jeden Fall spielen. Also Leute, danke für eure kurze Aufmerksamkeit hier bei diesem Update-Video, wie es bei mir mit Cyberpunk im Moment aussieht und dann ja, bis zum nächsten Video und bis zum Start vom DLC. Haut rein. Bis dann. Ciao, ciao.